Der Aktienmarkt aktuell eigentlich relativ ruhig, alles so, wie wir uns das in etwa vorstellen. Es gibt eine andere Nachricht, die ich super spannend finde und ein wichtiger Hinweis. Markus Fugmann hat zwei tolle Videos gemacht, gestern Abend schon eins, heute Morgen nochmal ein Follow-up sozusagen da drauf, zur Situation Putins, der jetzt ja gesagt hat, zukünftig müsst ihr, wenn ihr unser Gas haben wollt, das Ganze in Rubel bezahlen. Jetzt ist das mit dem Rubelkurs im Moment so eine Sache, aber für mich jetzt mal sehr spannend. Ein anderes, durchaus etabliertes Währungspaar, wo man auch sagen kann, das kann man auch noch guten Gewissens handeln. Was passiert jetzt eigentlich, wenn tatsächlich der US-Dollar, der sogenannte Petrodollar kippt und entsprechend nicht mehr das wesentliche Zahlungsmittel ist? Wie wird das denn dann für den US-Dollar weitergehen? Insbesondere natürlich im Vergleich zum chinesischen Yuan, der ja durchaus für das Gros der Welt ein wesentliches Zahlungsmittel ist. Denn die Exporte Chinas, das hat Markus Fugmann sehr, sehr schön nochmal dargestellt. Schaut euch das Video unbedingt an. Die Welt ist abhängig von China und deshalb ist das sehr, sehr spannend, wie sich das hier entwickelt. Ich habe das zum Anlass genommen, mal etwas anderes anzugucken als die langweiligen Indizes, immer nur das Gleiche. Das Verfahren kennt ihr, was wir da gerne anwenden. Allerdings muss ich dazu sagen, ist das hier natürlich grundsätzlich ähnlich. Trotz oder gerade wegen der aktuellen Nachrichten ist hier etwas sehr Auffälliges zu sehen aus meiner Sicht. Und das ist als letztes die deutliche Abwärtsbewegung und die im Vergleich entscheidet selber. Welche würdet ihr sagen? Die Abwärtsbewegung, die letzte oder die Aufwärtsbewegung? Was ist die stärkere Dynamik? Wo ist mehr Wumms hinter? Wo ist mehr Power? Wo ist mehr Marktmacht? Klingt ein bisschen doof aktuell, aber wo ist mehr Power dahinter? Naja, das ist das Gleiche in anderer Sprache. Das hilft nicht weiter. Naja, man würde wohl sagen, die Abwärtsseite ist wohl stärker als die Aufwärtsseite. Das würde mich vermuten lassen, dass das eine Korrektur ist. Die ist durchaus nicht ganz harmlos gewesen vom Ausmaß. Wir sind immerhin ein bisschen über die 61 Achtermarke gelaufen. Jetzt haben wir aber eine realistische Chance, dass, wenn tatsächlich die Korrektur zu Ende ist, das, was wir vorne haben, auf jeden Fall da hinten nochmal realistisch kommen kann als eine Gegenbewegung. Normalerweise würde ich jetzt sagen, an der Stelle, naja, Shorten würde man am Zwischentief, das ist diese Marke, nur da machen wir uns nichts vor. Das ist kein guter Short-Einstieg, weil viel zu weit weg. Man würde ja so subjektiv ganz gerne hier oben wenden, wenn dann überhaupt. Und vor allen Dingen, ganz wichtig für mich als aktiven Marktteilnehmer, das CRV, das Risiko ist ungefähr so groß, meine Gewinnerwartung ist ungefähr so groß, da brauche ich schon eine ganz gute Trefferquote, um auf jeden Fall da auch in der Summe positiv zu sein. Denn 50-50 reicht mir ja nicht aus. Dann bin ich ja plus minus 0 im Zweifelsfall. Ja, aber für plus minus 0 stehe ich morgens nicht zwingend auf. Also, das ist also ein Punkt, dass das entsprechend hier kein guter Einstieg wäre. Es ist also jetzt super spannend, was der Markt hier hinten macht. Und da gibt es schon mal so ein bisschen eine Andeutung, die allerdings noch nicht wirklich ausgegoren ist. Nämlich die Bewegung, die wir jetzt hier haben, ist das schon eine gute, starke Abwärtsbewegung? Ich weiß es noch nicht. Also, da ist die Entscheidung offensichtlich noch nicht richtig für eine Richtung gefallen. Ich fände aber diesen Abwärtsgedanken sehr gut und zumindest mal, das ist jetzt nicht perfekt vom Verhaltensmuster, aber wenn wir sowas haben und Zwischentiefs hier brechen, ist das eher etwas, was die Fortsetzung bringt. Und wenn wir hier Fortsetzungen in dieser Abwärtsbewegung haben, dann ist das wohl ein möglicher Früheinstieg. Früheinstiege haben den Nachteil, dass sie häufig nicht so zuverlässig sind, haben aber den Vorteil, dass sie ein deutlich besseres CRV bringen. Das muss euch immer bewusst sein. Ihr dealt, ihr tauscht sozusagen aus, ihr tradet wieder, wie man sagen würde. In dem Fall Probability, also Wahrscheinlichkeit gegen CRV, also Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, also insofern, das ist ein Punkt, den ihr hier im Hinterkopf haben könnt, wenn ihr mal was anderes handeln wollt, wie zum Beispiel US-Dolle gegen den chinesischen Yuan, also eine Währung in dem Fall im kleinen Bild. Man muss allerdings dazu sagen, ein bisschen Vorsicht ist doch angesagt, denn der vorangegangene steile Anstieg, na jetzt habe ich schon vorweggenommen, der vorangegangene Anstieg war steil und dementsprechend ebenfalls wieder Dynamik, würde aber durchaus ein ABC einigermaßen gut vertragen. Allerdings sehen wir dann auch schon zielmäßig, naja, wo dürften die Ziele liegen? Hier für die Abwärtsseite 1 zu 1 in etwa, dann sind wir vielleicht da, gerade hier so 6,34, ein bisschen tiefer als das. Ja, das würde wahrscheinlich noch gerade gehen. Wir wissen ja, irgendwo in diese Kiste, und es darf auch ein bisschen unter dieser Kiste sein, das ist noch in Ordnung für eine vollwertige Korrektur und dann kann es anschließend doch noch mal nach oben gehen. Das ist aber zu früh, da möchte ich jetzt gar nicht drüber spekulieren, denn aktuell geht es da drum, ob wir Einstiegsmöglichkeiten hier für die Shortseite finden. Warum? Weil die die schwächere ist. Und dementsprechend die Möglichkeit besteht, da auf die Longseite nicht mehr zu setzen, sondern auf die Shortseite rüber zu gehen, wenn die Korrektur zu Ende ist. Ja, aber wäre nicht Long auch noch möglich? Gibt es nicht hier auch in der Aufwärtsbewegung noch irgendwie, dass man sagt, wieso, aber das ist doch dreiwellig? Und da, wenn der Kurs da durchgeht, dann geht es noch mal höher. Ja, in der Tat. Und da seht ihr, wie spannend Traden sein kann. Ich habe nämlich auf keinen Fall mehr Interesse im Moment jetzt an der Shortseite. Wenn wir hier durchgehen, sehe ich eine große Chance, dass er hier noch mal einmal höher geht, was ich gar nicht schlimm fände unter Umständen. Dann können wir ja von dort aus noch mal einen neuen starken Abwärtsmove dann machen. Das heißt, ich habe nicht nur eine Idee, wie ich in die Position reinkommen kann, sondern auch, wo ich überlegen kann, da schließe ich die Position oder möglicherweise gehe ich sogar noch mal auf die Gegenrichtung. Das ist jetzt in diesem Fall, das ist ja jetzt nicht der Trade des Tages, also jetzt nicht eine ganz konkrete Empfehlung. An der Stelle müsst ihr dieses und das machen und stoppt da und da, sondern das ist jetzt ein Hinweisen darauf, wie ihr die Situation lesen könnt, wenn es entsprechende Marken durchstoßen werden und wie sich das in das Gesamtbild einfügt. Ihr wisst regelmäßig, nicht zwingend täglich, aber sofern es schöne Situationen gibt, die auch für euch sinnvoll umsetzbar sind, noch vom zeitlichen Rahmen, schlage ich ja immer ganz konkret auch Einstiege vor, sodass ihr dann sagen könnt, okay, an der Stelle, da mache ich dann tatsächlich den Trade, vielleicht so ähnlich, wie wir das machen, vielleicht auch auf eine andere abgewandelte Art und Weise, aber das so, um die Sichtweise hier mal zu sehen, in diesem etwas mal anderen Markt. So, wir haben es angesprochen, es ging aber eigentlich um den Energiemarkt, der ja in Rubel bezahlt werden sollte, deshalb wäre es vielleicht noch mal schick, auf den Ölpreis zu gucken, das ist jetzt CL oder WTI, das ist die Alternative, CL ist der Future-Markt, QM wäre der Mini-Future, das wären so Marken, die ihr da mal angucken könnt, und wenn ich jetzt hier mal schaue, diese relativ deutliche Aufwärtsbewegung und dagegen diese relativ bis jetzt dreiwellig anmutende Abwärtsbewegung, auch hier können wir mal ganz grob, gucken wir mal, wie weit war die Abwärtsbewegung, wir messen vom tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt, wir wissen gerne in diese Zone rein und gerne dreiwellig, wir haben hier sogar von der Symmetrie, das macht einigermaßen Sinn, das wäre ein möglicher Trigger, um noch mal auf die Long-Seite aufzuspringen, in der hoffnungsvollen Erwartung, dass es eben noch mal ein bisschen weiter hoch geht. Vorsichtig allerdings ist angesagt, wir sind schon eine Weile nach oben gelaufen und ich würde im größeren Bild eigentlich gerne so einen Rücksetzer sehen, ob die aktuelle Nachricht dazu in der Lage ist, weiß ich nicht, die Nachrichtenlage, wir müssen aber sagen, dass so die letzten Stunden, wenn ich hier mal angucke, eher ein Abwärtsmarkt war, allerdings noch ohne Dynamik. Das heißt, aufwärts wäre noch denkbar, wenn wir dieses Muster ABC eben durchstoßen, im Kleinen oder, falls es eine Nummer größer wird, dann im Großen, die Logik, die dahinter steckt, ist exakt die gleiche, vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt und dann den Rücksetzer hier. Welches von den beiden wir bekommen, weiß ich nicht, aber ich habe dann dementsprechend zumindest mal Einstiegsmöglichkeiten hier in den Chart, wenn wir das durchstoßen, mit der hoffnungsvollen Erwartung, dass was ähnliches wie die erste Welle nach der zweiten, der Korrektur, sich in der dritten noch mal fortsetzt, das wäre durchaus sehr typisch und dann seht ihr den Unterschied zu dem, was wir eben haben. Hier wäre unser Risiko, nehmen wir mal an, es ist diese Größenordnung so groß, unsere Gewinnseite so groß, das heißt, hier haben wir schon auf jeden Fall mehr Gewinn, als wir riskieren und ich habe hier sehr großzügig gezeichnet, viele wissen, dass ich den Stop sogar die 38er gerne mache, dann ist es vielleicht sogar nur so oder noch ein bisschen kürzer, das heißt, ich habe hier deutlich bessere als 2 zu 1, 2,5, 3 zu 1, 4 zu 1, je nachdem, wie groß diese entsprechenden Ausprägungen sind, CRVs, also Chance-Risiko-Verhältnisse, also ein Trade-Wert. Letzter Blick auf Gas, den hatten wir ja auch vor kurzem erstmal angeguckt hier, wie es da aussieht, das waren alles noch Aufwärtsbewegungen, wir sehen das hier an diesen ABCs hier in der Mitte, das war alles noch ziemlich, auch hier im 15-Minuten-Chart, zack, wackelig, zack, wackelig hier mehr oder weniger. Jetzt sehen wir aber, dass wir auch nach oben hin, naja, das geht noch so halbwegs, aber aktuell, wenn wir das bekämen, das gleiche Bild haben, was wir im Ölmarkt vorhin beschrieben hatten, 1, 2, 3, 4, 5, dann haben wir hier eine etwas größere Korrektur, denkt immer an diesen Fibro-Kasten und dann die Chance, dass wir von dort eventuell nochmal eben nach oben steigen, denkt an die Trigger hier oder wenn ihr ein bisschen kürzer gucken wollt, wenn ihr ein bisschen kürzerfristig drauf schaut, im kleineren Chart das gleiche, so ähnlich wie wir das hier ja auch im kleineren hatten, wenn wir so eine zugegeben hier sehr seitwärts gerichtete, aber eben so eine korrektive Phase hatten, dass es sich dann eben weiter nochmal im Kleinen oder im Großen, je nachdem, was für euch der richtige Zeitrahmen eben ist. Ja, wann wird das bullische Bild gebrochen? Ja, gebrochen wird es, wenn wir eben nach unten gehen, steil und weiterlaufen, also nicht nur so symmetriemäßig unterwegs sind, sondern wenn es dann weiterläuft, das heißt, diese Welle deutlich länger wird, als die vorangegangene, dann ist irgendwann wieder mal eine Korrektur und dann nochmal eine Fortsetzung und denkt immer dran, diese Korrekturen, zum Beispiel diese Korrektur, ihr messt das Ganze mit Fibonacci, dann habt ihr immer so eine Idee, okay, in diesen Bereich rein, damit ist das eine vollwertige Korrekturgröße, das Ganze sieht aus wie irgendwie ein Korrektivmuster hier, dann ist das, was wir hier haben, als Fortsetzung sehr realistisch und in dem Fall war es sogar noch mehr, es kann deutlich mehr sein, aber so eine 1 zu 1 ist ungefähr gesagt schon mal so eine halbe Mindestvoraussetzung. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange gesprochen, aber es gab so viele schöne Sachen zu berichten, jetzt mein Tipp, schaut euch unbedingt das Video von heute Morgen beziehungsweise das von gestern Abend nochmal an von Markus Fugmann, den Link dazu, den gibt es sicherlich hier im Umfeld dieses Videos, je nachdem auf welcher Plattform ihr das jetzt wie wo guckt, aber auf jeden Fall empfehlenswert, es ist eine spannende Geschichte, den Markt natürlich am Chart mitzuverfolgen, was ich sehr liebe für die Umsetzung, aber natürlich auch ein bisschen die Hintergründe mitzuverfolgen, das kann nicht schaden. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.